Wir sind unterwegs, haben es doch noch geschafft, heute Nachmittag rauszugehen. Es ist sehr warm, sehr kuschelig, aber wie? Wer die meinte, wir brauchen noch was für unseren Vlog, wir müssen was machen. Eis essen zum Beispiel, ich sage die zum Kühlschrank, nein, ich will richtiges Eis. Und dann gehen wir es hin, so, eishenig, eislaschen, ja, gut, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin so voll. 3,10 Euro Variante genommen. Ich auch. Wir haben ja heute zu viel. Wir nicht. Nö, nö, das geht schon. Ach ja. Wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Schatten? Schatten? Schatten. Schattengewächs. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, wo wir jetzt hin gehen. Na, na, na. Weil wir, ja, nel Ich weiß. Die Weibchen. Macht er das Männchen nicht. Aber das Weibchen. Diesmal. Das ist schlecht. Über die Türken musst du aufpassen. Guck mal jetzt. Ja, das ist Mini. Und dann kommt er. Und dann kommt er fort. Sehst du? Lieber nicht. Nein. Die ärgert sich. Schrauben. Den. Lacken. Den. Lacken. Den. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 War ja nicht so warm. Und mein Vater meinte, es war ja nicht so warm. Nein, eigentlich müsste man dieses Bild posten von deiner Mutter danach. Nein. Das kann man, nein. Doch. Dürfen wir auch nicht nachstellen? Dürfen wir nicht? Nein, das ist gemein. Schade. Das wäre echt. Das ist mir als Profilbild auch nicht. Als Startbild so. Nein, das ist echt fies. Ja, das ist gut. Fies ist super gut. Was denn? Hörnchen, ne? Hörnchen, ja. Ja, also wir sehen uns dann morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Die nächsten paar Blocks werden wahrscheinlich in Vlogs. Hast du gerade Vlogs gesagt? Vlogs. 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 Waren wahrscheinlich nicht so lang. Wir werden den ganzen Tag arbeiten. Abends erst wieder zurück. Mal gucken. Schauen wir mal was da passiert. Schauen wir mal. Wochenende wird auf jeden Fall wieder was passieren. Ich hab noch zwei Wochen Urlaub. Ich hab noch zwei Wochen Urlaub. Ja, ja. Denn bist du noch mit Filmen, ne? Ja, so geht's. Vergesst die Akkus nicht. Ja. Ne? Gut. Also. Morgen wieder einscheiden. Bis morgen. Bis morgen. Ciao und tschüss. Bis morgen wieder. Bis morgen ist 위해 auch noch genug. Bis morgen direkt wieder nachENTEem. Bis morgen wieder nachDe Nic welcome. the pancakes sind erstmalig. bei mir呢. Bis morgen wieder nachdenkst감이. Bis morgen wieder nach Hause. Molt über den ganzenồi Aus wides Tool Texas. Vielen Dank.